Warum? Warum tust du dann? In die Wien? Scheiße. So, okay. Ich schwitze nur ganz leicht. Fettes Stück, Alter. Ohne Spaß. Also es sind sieben verschiedene Aprikokos, gell? Ich glaube schon, ja. Jo. Sag mal Regen rückwärts. Nein, ich glaube nicht. Ah, Zero. Auch schon eine Entscheidung. Ich denke nicht. Fühlt. Ah, fühle ich. Schade. Ja, ne. Nicht schade. Ist gut so. Pass mal auf. Soul, wie ist denn das? Was zählt in dem Game eigentlich alles als Pflanze? Auch hier das angebaute Weizen und so? Und die Karotten? Ich weiß nicht, wie das für die Mod ist. Also diese Warnung da mit dem hier stehen zu viele Pflanzen kommt halt von der Pixelmon Mod und nicht von Minecraft selbst. Okay, dann kann es tatsächlich... Deswegen, ich weiß nicht, ob die mit dem Weizen und so zusammenhängen, oder ob das wirklich nur zu viele Aprikokobüsche auf einem Haufen sind. Aber ich glaube, es sind zu viele Aprikokobüsche auf einem Haufen, weil du hast bei meinem Haus da gesehen gehabt, die Reihe, die dahinter steht mit Aprikokos. Also ich kann da auch keine weitere entstellen. Okay, danke Schickhaken. So, haben wir das denn jetzt? Drei. Ach, scheiße. Okay. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Okay. So, also pass mal auf, Zero. Habe ich mir jetzt mal so angeguckt. Wenn du dir eine Aprikokofarm erstellen möchtest... Dirty Handsbreaker! Endymie! Hahahaha. Dann... Bratan... Mach so. Aber das muss jetzt halt erst noch wachsen. Also noch sieht es total unschmackhaft aus. Aber ist ja auch erst mal wurscht. Ja, ach, 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 wieso? Smog... Oh Gott, das Ding kann ja noch gar nichts, das Lichtl. Aber, ey, aber dankeschön. Also, shiny Lichtl, OMG, Alter. Brauchst du noch einen Finsterstein? Ein Finsterstein? Moin, schmutzige Hände. Ja, musst einen Holnicht-Pokémon töten, dann kriegst du mal so einen Charter von raus. Ähm, warte mal, pass... Welche Mons muss ich töten? Unnicht-Pokémon. Unnicht-Pokémon. So Sachen wie Hundemon, Alola-Radical und so weiter. Mhm, okay. Dann krieg ich Scharts raus, okay, alles klar. Ja, neun davon hast du. So, Ladsbeere. Und ich brauche jetzt noch, äh, ne neue Schaukel. So, zappzapp. Und ich brauche so viel Eisen. Gibt es irgendwie... Ne, es gibt wahrscheinlich nichts, wie man automatisch irgendwie Eisen farmt, gell? Man müsste sich das halt alles abbauen. Oh. Scheiße. Ja, aus dem Nichtsblick kommt jetzt auch mal einen Eisenfarmer. Aber ich bin zweifel, damit das so gut funktioniert. Ja, ich glaube auch. Ja, du wirst wieder Villager, Golems. Ja. Genau. Ja. So, lass ich jetzt zwischen den Aprikoken 2. Das ist echt unschmackhaft aus. Bauser, du alter Glückspilz. Hab gehört, hast dir mal einen geilen Helden gegönnt. Ja, bauser, ich hab schon gepetzt, alle. Keine Sorge, mein Freund. Ich hab gepetzt. Der Pats Lazy, alle. Man kennt ihn. Ach, und ich fettzack bin schon wieder ins Loch gefallen. Also für ein Stück Scheiße, alle. Ja, aber ich komm tatsächlich noch raus. Real Life wär ich jetzt lost. Ja, Real Life ist dann verstecken geblieben. Ja, weil ich fett bin. Ja, weil ich fett bin. Ein Ausloch. Kann ich was noch meinst? Ja, nein, um Gottes Willen, Alter. Soul, alles gut, hey, hey, yo, hey. Ich verspüle mir eine gewisse Spannung zwischen uns, Lazy. Ja, ja, pass auf, also nach dem Stream mach ich schmutzige Sachen mit dir. Ah, nee, gut. Ja, was, nee? Fast, nee. Das, 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 lass mal wieder. Du hast da gar nicht mitzureden, Alter. Übrigens, Lazy, wenn du jemals Glas brauchst, ich hab vorher ein bisschen zu viel gemacht. Ich habe eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, sieben, achtzehn, neunzehn, zwanzig Stacks zu viel. Oh, ja gut, wenn es nur zwanzig Stacks sind, da, dann nehme ich dir doch einen ab. Wenn du dich mal kurz zu mir porten möchtest, dann kannst du dir angucken, warum ich dachte, ich brauche so viel. Okay, okay, ich, also, okay, ich habe ein ganz ungutes Gefühl gerade. Ah, Leute, und das mache ich hier so, weil die Aprikokos, die wachsen zwei hoch, ja? Und dann stehen die nachher einem nicht im Weg, sondern man kann danach einfach drüber weglaufen und die abernten auf komplett. Chillig. So, zack. Okay. Zu viele Pflanzen. Ich kotze. Scheiße. Geht's halt. Dann ein bisschen Platz dazwischen lassen. So, das heißt jetzt mal, eh genau. So, zu machen das Ding. Würde das theoretisch hier gehen? Ja, okay, hier geht's, oder? Nee, geht auch nicht. Okay, also ein, ein Platz reicht nicht. Gott sei Dank habe ich genug Aprikokos und die sind nicht genau abgezählt. Na ja, wenn du ein paar brauchst, ich habe auch noch welche. Ja, 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 klar, natürlich. Aber ich habe mir tatsächlich im Vorfeld schon echt genug gemacht. Und wir haben auch noch ein paar riesige Aprikoko-Farmen zum Dorf vorne am Anfang. Also, also. Aber warte mal, wenn ich jetzt Hyper-Bälle mache, das waren zwei, ne, das war ein schwarzes, zwei gelbe, gell? Ich glaube andersrum. Okay, wie war nochmal ein Flott-Ball? Der war mit blau und gelb, gell? Ja. Gibt's sonst noch irgendeinen Ball, wo es sich lohnt? Nee, gell? Also, sagen wir jetzt nicht unbedingt ja ein Nacht-Pokémon fangen willst. So für die Nacht hat noch ein Finsterball, aber ansonsten. Mhm, mhm, warte mal. Ja, tatsächlich Flirtball-Scheibe. 60 Stück am Start. Und die können wir jetzt da gemütlich durchheizen. Perfekt. Da sehe ich mich doch. Aber auch ohne Hass sehe ich mich da. Fühlt gut. Aber Hormone? Ja, weil's gut. Es geht nur mit. Nein, weil's voll gut für mich ist. Was ist hier schon wieder mit dir? Ich brauch Kohle. Das ist mein scheiß Problem. Renzi, es gibt hier nur Hass. Hier wird nichts ohne Hass auf meine Minecraft-Server gemacht. Okay, warte. Tuck, 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 tuck. Hör an. Ich glaube, ich muss das Server-Motto, was du am Anfang siehst, wenn du so auf dieser Multimerspielseite bist, ich muss das von Hallo Lull zu nur mit Hass ändern. Ich glaube auch. Wenn du direkt siehst, sobald du Minecraft startest, musst du direkt sehen, was hier Sache ist. Oh Gott, was ist denn hier los? Auf jeden Fall, den hatte ich auch richtig Bock. Okay. Löschi, was geht? Ich liebe Mana-Control einfach. Ja, Bowser, das ist auch eine gute Sache. Lazy, mit Minecraft-Hardcore überhaupt weitergeführt? Nein, ich denke nicht. Ich denke, Minecraft-Hardcore wird an dieser Stelle nicht weitergeführt. Verstehe ich, verstehe ich. Ne, ich glaube einfach nicht, weil wir haben jetzt hier einen Server. Wir können ja hier auch noch eine neue Welt machen, oder? Oder kannst nur du das? Kann nur ich, soweit ich weiß. Also im Zweifelsfall kann ja Soul eine Welt erstellen, wo nur wir zwei draufgehen. Also im Zweifel ist das möglich, denke ich. Ja. Übrigens, Lazy, ich hätte ja noch ein Pokémon und so, das könnte ich dir abtreten. So, das ist dabei rausgekommen, als ich versucht habe, mein Voodooack zu bekommen. Da ist nämlich das noch bei rausgekommen. Oha. Da war ich zu früh gewesen. Oha, aber das ist auch, aber das ist... Ne, deins war gesteinfäh, gell? Meins ist auch nur Gestein. Die vier sind alle nur Gestein, außer das hier, das ist gesteint und nicht. Oh, okay. Krass. Krass. Ja, könnten wir dann mal gucken, aber eigentlich brauche ich es gerade nicht, um ehrlich zu sein. Krass. Okay, guck mal, pass auf. Guck mal, Chat, hier ist schon ein bisschen was gewachsen. Und nachher muss man da einfach nur so drüber latschen. Und einfach abernten. Hm. So, Lazy, ich zeige dir jetzt noch meinen Lieblingszaubertrick. Tschüss. Hahaha, Alter. Ein fliegendes Metacross? What the fuck? Ja, Metacross kann doch schweben. Stimmt. Und dann zählt das schon? Deswegen kannst du auf den Viech fliegen. Boah, alles gut bei dir. Hey. Ja, Lazy, bei mir ist alles gut. Und bei dir? So, warte mal. Äh, ist so, selbst Merlin kann man... Ja, genau, richtig. Merlin kannst du halt auch überall mitnehmen. Das stimmt. Wenn du Steine durchghosten kannst, geht das... Genau. Vor allem denke ich da, mit 20 Wappen... Boah, mit 20 Wappen wäre Merlin bestimmt richtig heftig. Aber das ist so ein Zauberer. Und Zauberwappen braucht man halt woanders dringend, finde ich. Okay, Sol, was glaubst du jetzt? Jetzt sagt er mir, hier bei 30 ist zu viel. Und ich habe schon zwei Platz gelassen. Glaubst du, ich muss drei oder mehr Platz lassen tatsächlich? Hm... Ich würde im Prinzip sagen, fang circa... Keine Ahnung... Das war ja eigentlich ein fettes Drecksvieh. Fang circa hier einfach nochmal einen Streifen in die Richtung zu machen. Okay, alles klar. Dann soll es eigentlich klappen. Da sind es drei... Vier... Fünf... Sechs... Sieben... Acht... Neun... Zehn... Okay, das könnte sogar knapp hinhauen, Alter. So, zack, zack. Und scheiße, brauche ich viel Zeug. Ja, aber Leute, also so... So... Farmzeug oder was zu farmen, das werde ich nie im Stream machen, glaube ich. Also das ist halt einfach... Unbelohnt sein U-Großvater, wenn man halt im Stream farmt. Das ist halt einfach dumm. Finde ich halt. Das ist gar nicht, was du meinst. Okay, das funzt, Alter. Danke. Perfekt. So, jetzt... Du musst aber aufpassen, das könnte gleich wieder eng werden, weil hier drüben ein Bärenfeld ist. Also wenn ihr weiter in die Richtung gehst, glaube ich. Ja gut, es sind ja nur sieben. Also... Bis zu sechs bekomme ich ja jetzt hier locker hin, tatsächlich. Oh... Hey... Ey... Was denkt sich dieses Wolle schon wieder? Was denkt sich dieses Mauzi schon wieder? Kannst du von dem Wolle flüchten, weil ich brauche noch... Äh... Ding... Ähm... Wolle. Ich hab's mal umgebracht. Kannst du mir die Wolle droppen vielleicht? Liegt hier. Kuss. Hehehe... Du bist so ein dummes Arsch noch, Alter. Weißt du was eigentlich? Hehehe... Das ist echt schlimm mit dir. Hehehe... Hey, ich lage dazu. Ich bin selber scheißhässig. Hehehe... Manchmal möchte ich mir auch einfach allein in den Briefkasten danken. Hehehe... Das würde mich nicht wundern. Hehehe... So, Digga... Ohne Scheiß, ne? Du weißt nicht, wie oft ich diese Hurensöhne überlutschen angeschrien habe, wenn die zu spät kam, Alter. Oha... Ach du... Ach du... Ach du... Ach du... Obwohl wir eigentlich zu Hause waren. Mhm... Digga, ich bin einfach so zur Post gegangen. Habt ihr angeschrieben, was seid ihr eigentlich für dumme, inkompetente Hurensöhne, Alter. Ja gut, man kennt ihn. Also... Ja ne, weil da ist zwei Tage voll mein Hetze kaputt gegangen. Ich hab mir ein neues Hetze bestellt. Dachte so, ja, easy zocken so einen Abend wieder. Ja, ne, eben nicht. Ja, dann zwei Tage später hab ich so den Briefkasten gefunden. So, ja, hier übrigens das Paket wurde da abgegeben. Ja, weil sie nicht daheim waren. Ihr dummes Scheißviecher. Ja, genau. Stand zumindest drauf so, ich meine, ich bin immer daheim, Alter. Digga, ich geh doch nicht nach draußen, Mann. Ja, nein, ohne Spaß. Wenn die sagen, es wurde geklingelt, dann haben die die Klingel maximal angeguckt. Es ist so. Wurde einfach nicht gefunden. Ja, ja, es wurde geklingelt, ganz klar. Nein! Hier sind schon wieder zu viele Bären. Ja, wir in den Bärenfeld hier drüben. Sag ich ja. Ach, zickere mal, Alter, das kann doch nicht sein. Oh, nervig. Einfach nervig, okay. Das heißt, ich muss noch ein Zweierfeld irgendwo anders hin machen. Raus mit die Viecher. Wollen wir mal waschleitchen Karten nach draußen gehen. Müsst ihr euch mal überlegen, nach draußen gehen. Ja, Digga, wenn du da raus gehst, hast du eben durchgespielt, Mann. Hahahaha. Ey, du bist wirklich so ein trockenes... Ey, wie du das aber... Also mal ohne Scheiß, du haust so Knochen-Trock raus, man könnte grad weinen, du bist schon 40, Alter. Aber ohne Scheiß, der Junge, der ist halt grad mal 19. Jetzt mal ohne Scheiß, wie viel Scheiße muss der gefressen haben in seinem Leben, dass der so am Arsch ist. Leute, jetzt mal ganz her. Keine Ahnung, frag mal den Psychologen, ja. Der, der sich umgebracht hat, oder was? Den, den ich umbringen wollte, Mann. Achso. Alter, mein Gott. Ich glaub, wie wir aus dem Fenster gehalten haben. Ey. Gott, bist du ein dummes Stink, Scheiße, das ist ja echt Ebel. Zumeist, wir reden darüber, dass ich einen Psychologen brauche und was weiß ich, aber sitzen hier und spielen einfach in meinen Kopf Pixel, Mann, Alter. Ja, Mann. Wollfalle. Ja, wir, wir. Ja, wir helfen uns selber. Zumeist, du musst so wissen, so ein gemütlicher, kinderfreudiger Stream, so. Natürlich. Dann hast du hier irgendeinen Hurensohn auf dem Discord, der über seine Mordakte und sowas redet. Und dafür, dass er leichten in den Briefkasten kacken will. Und dann sitzt so ein Vater da, der grad seinen Sohn auf diesem Stream loslassen will und denkt sich, ja, ist doch ganz normal, hab ich auch schon gemacht, Alter. Ich kann hier wieder keine Beeren machen. Ah, Bullshit. Alter, keine Aprikokos, was soll denn diese Scheiße, Alter. Boah, ich will das nicht so ultra hässlich bauen. So, das Ding ist, ich glaube, das Beste, was du halt machen könntest, wäre einfach irgendwo ein Stückchen weiter weg, so, keine Ahnung, oben hinter einem Haus, da auf dem Hügel oder so, einfach so ein Aprikokofett machen, wo du halt weit weg von allem anderen bist. Ah, ist das eklig. Ich war mit Balut draußen. Biene ist währenddessen schon eingeschlafen. Werde jetzt nicht weiter laut Stream schauen, um sie nicht zu wecken. Weck die, Alter, auf! Hier gibt's Content! So eine Scheiße, Alter, was geht die Pennen, Mann? Wie spät haben wir jetzt noch nicht mal 1 Uhr morgens, Alter? Das ist Pussy-Verhalten. Vor allem, wie ist die eingeschlafen, wenn du hier so Höllenfeuer verbreitest? Das ist eher das, was mich wundert. Ich kann hier immer noch keine pflanzen. Das sind doch welche. Ja, nein, hier kann ich jetzt halt auch noch nicht pflanzen. Hm. Ja, die Henz, das muss Liebe sein. Ja, weck die, Alter, auf, Alter! Ja, übrigens, hier schenke ich dir, brauche ich nicht. So, jetzt kann ich... Oh, was ist das denn? Oh, ein Wolken im Z, Dankeschön. Ja, hab heute das Amt voraus gedroppt. Achso, gut, dass ich keinen Elektro-Typ hab, geil. Ja, ich auch nicht. Ich liebe mein Leben. Okay, warte mal. Ich will ich. So, hier ging's, okay. So, jetzt kann ich hier aber erstmal die Roten machen. Du musst auch noch Gelde holen, Alter, so ne Scheiße. Aber wahrscheinlich sollte ich halt alle nicht gleich, äh, krass, äh, anpflanzen, gell? Hm. Eigentlich sollte ich die, wo ich halt am dringendsten... Was machst du jetzt, du schon wieder? Den ganzen Stein da unten durch die Erde, also. Oh, du bist ein guter Freund, Dankeschön. Ah, krass. Ja, und was ist, wenn ich mir später mal in die Hosen scheiße, kommst du dann auch und mach sauber? Ja, natürlich. Das ist süß von dir. Das ist süß von dir. Das ist wirklich süß von dir. Könnte es aber auch nicht sein. Aber nicht, wenn es zu doll stinkt. So, dann geh ich wieder weg. Bruder, du musst jetzt aber ehrlich sein, das stinkt schon übel. Ah, ja, ja. Okay, gut, dann wir stellen auch selber ab. So, Siehul, du musst wissen, hey, du musst wissen, ich bin für vieles offen, ne. Aber da geht die Freundschaft noch zu weit. Bei Scheißen. Bruder, wer sagt denn, dass wir befreundet sind? Nimm einfach mal ne Scheiße hin und gut ist. Ja, ja, ja. Okay, gut, stimmt. Ja, okay. Das ist ein Argument. Also du hast mir noch keinen 12-Seiligen-Vertrag vorgelegt, wo dran steht, dass wir vorgesehen. Jetzt aber erstmal hier bannen, lazy. Ach, ja, aber du kriegst wahrscheinlich noch hin, mich auf meinem eigenen Discord-Server zu bannen, alle ohne Scheiß. Ich meine jetzt nicht in Discord-Server, ich meine in Minecraft-Server. Ach so. Ja, gut. Aber ja, ja, doch, ich könnte dich wahrscheinlich auch auf deinen Discord bannen, ja. Das wäre wahrscheinlich kein Problem, ja. Okay, weil mein Spawnpunkt sitzt jetzt hier richtig scheiße, den muss ich entfernen. Brake. Warte. Ja, viel Spaß drunter noch. Lazy, löschen. So, jetzt gehen wir mal ins Haus rein. Und dann ist hier der Waypoint einfach. Aber hast du oben schon alles an deinen Tisch reingeguckt? Du hast gesagt, das ist ein Troll. Ja, guck mal rein. Warum soll ich denn gucken, wenn es ein scheiß Troll ist? Wollen wir reingucken. Oh Gott, Alter, mit dem Toro dreht, dann kannst du ja gar nichts machen. Ach so, er hat mir in mein Briefkasten geschissen. Aha, okay. Ah, ich sehe, ich sehe, ich sehe. Warte, ich nehme es raus. Aber das ist gerussneutral, gell? Dankeschön. Verpisst dich jetzt. Ja, natürlich das gerussneutral, Mensch. Ekelhaftes Stück Scheiße, Alter, ohne Spaß. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Rattata. Hi, Zero. Okay, ich schmier's kotzen, oder? Zero, pass mal auf weg, geh mal weg, bitte. Ach, übrigens, Lazy, ganz nebenbei so, du hast dir direkt nebenan ein Celeby schreien. Ah, ah. Doch. Ja gut, aber der bringt ja eh nichts, oder? So an sich. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Möchtest du überhaupt noch da, oder ist der despawn? Ich weiß nicht, ob die Dinger despawn können. Ich habe jetzt echt meinen Flugmann abgelegt. Ne, der steht noch hier. So ein cleverer Typ, Alter. Vor allem der Witz ist, das kommt halt alles auf YouTube. Das ist mir halt scheißegal, ich schneide da gar nichts raus. Perfekt, perfekt. Man sieht schon, wie so eine 14-jährige vor ihrem Schwangerschaftstest sitzt und so im Wald, keine Ahnung. Und dann hört man dich reden, das ist einfach perfekt. Perfekt, da sehe ich mich. Ja, natürlich, das bringt Klicks, Bruder. Alles, was Klicks bringt, ist gut und perfekt. Ich weiß, ich weiß, gut. Gut, wann fangen wir mit der ersten Folge an? Ich habe euch ja viel zu erzählen. Ich schwöre, wenn du jeden Tag updates, uploadst, du hast Content für ein ganzes Jahr. Nur ein Jahr? Ja, okay. Da werde ich mich wahrscheinlich auch schon mal zufrieden geben. Also, ich kann das Ganze auch ein bisschen länger ziehen, sondern hast du für mindestens 10 Jahre Content. Das ist kein Problem. Also, wenn ich in jedes kleine Detail gehöre, über 10 Jahre. Wailing Podcast höre ich da gerade. Ich höre Wailing Podcast. Das ist ein interessanter Vorschlag. Ich kriege kaum einen Plan mit Hass. Okay, mich nervt das PowerPoint im Haus. Ich muss erst mal pissen. Ah, ich gehe pissen, muss geil. Jaja, dann piss mal. Okay. Okay, wer hat schon wieder... Zero, warum tust du die Zeit umstellen? Äh, Zero? Zero? Okay, er ist nicht da anscheinend. Okay, alles klar. Okay, ich habe wieder viel zu viel Müll. Ich habe wieder viel zu viel Mock hier rumrennen. Ähm, Holz weg. Haben wir noch was Holz? Holz? Nein. Warte, die packen wir wieder hier hin. Ich rede hier seit 20... ...warte, warum ich keine Antwort ist. Weil du gemuted bist. Nein, weil ich mein Mikrofonkabel rausgezogen hatte. Also das ist Next Level Shit Zero. Sogar für deine Verhältnisse. Nicer Typ. Oh mein ey. Schau mal, hier ist das Pokémon Zeug. So eine Scheiße. Aber ich habe dir hier ein Psyum Z, gell? Im Notfall. Was hast du? Ein Psyum Z. Das ist der... ...der Kristall, wo die Z-Attack... ...wo eine Z-Attacke vom Typ Psycho freilässt. Ah. Falls du das brauchst. So. Guck mal. Da kommt noch dieser Schnack rein. Apfel kommt da ins Essen rein. So, zack. Kringst du noch? Ah. Fünf Kohle. Uuuuh. Also wir haben echt verdammt wenig Kohle. Scheiße, 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 scheiße. So, jetzt müssen wir hier noch irgendwo ein bisschen Wald pflanzen. Wie du wirst hier, ich habe auf der Twitter ein bisschen nachgedacht, ne? Oh Gott. Manchmal frage ich mich so, warum habe ich eigentlich jetzt nicht einfach den Stream an? Weißt du, ich sitze hier gerade in Unterhose. Am PC. Sehe aus wie der größte Wurensohn. Also wie immer. Und spiele Pixeln. Aber er ist so selbstkritisch. Das mag man einfach an ihm. Er ist so selbstkritisch. Ja, ich bin nicht selbstkritisch. Ich bin so gezielt gefährdet, Mann. Das ist nämlich so ein Unterschied. Oh mein Gott. Oh Gott. Er lebt meinen Traum. Das schreibt Gerdi jetzt. Nee, Digga, klappen wir. Das willst du nicht. Lebt deine Traum. Ja, genau. Er lebt deinen Traum, denn er wird warm. Ja, Digga, du musst wissen, so mein Leben im Normalfall wünscht sich wahrscheinlich jeder. Einfach den ganzen Tag zu Hause in Unterhose chillen können und zocken können. Aber die restlichen Sachen wie jede Woche zum Psychologen gehen zu müssen. Ja, ach komm. Ihn dabei fast umzubringen. Das wird komplett. Sich dann einen neuen Psychologen suchen müssen, weil er dich nicht mehr haben möchte als Patienten. Das ich überhaupt nicht verstehen kann. Mein Gott, bist du ein dummes Stück Scheiße. Ja, genau. Das war ein Spaß. Ne, ich weiß das schon. Keine Sorge. Nein, aber hey, ganz ehrlich. Es war wirklich ein Real Talk. Also mein allererster Psychologe in dem, wo ich mich mal auseinandergesetzt habe. Zu dem gehst du hin, nachdem er dir am Telefon so richtig, richtig toll und hey, wir kümmern uns darum, hey, wir kriegen das hin, Kopf hoch, wir schaffen das. Und dann gehst du zu dem hin und dann sollst du erst mal ein Hausarztprogramm der Verfügung unterschreiben, dass er mehr Geld verdient. Da denkst du ja auch, ja moin, ich geh jetzt wieder und tschüss. Ja, weißt du was Ding war? Was denn? Ähm, die erste Psychologin, also meine erste Psychologin war halt wirklich eine Frau gewesen. War super geil, mit Hass. Ähm, bei der lief eigentlich alles super, ne? Ja. Bis nach der zweiten Stunde dann so. Ja, übrigens, ich bin schwanger, ich geh jetzt erstmal hier in, wie heißt das? In, ja. Mutter und Pfeifler, was weiß ich. Und ich dachte, ah, super mit Hass. Du Lob. Geil. Geil. Oh mein Gott. Dann bin ich zu meinem zweiten Psychologin gekommen. Das war noch der feine Herr, der mir erzählen wollte, ja, Vergewaltigung und sowas ist übrigens auch was ganz normales. Ach ja, natürlich. Ja, ja. Das war auch der Moment, wo ich ihn dann mir gepackt habe und Kopf über Fenster. Und da ging mir echt einer ab an der Stelle. Hahaha. Es gibt schon richtig dumme Menschen auf dieser Welt, jetzt mal ohne Flachseilung. Weißt du, was mit dem eine ganze Sache ist? Ja. Ich weiß, dass er an sich nicht mal was dafür kann, weil die müssen sowas sagen. Das ist das Problem. Weil ich wollte ja Psychologie auch schon mal studieren. Aber wo ich dann gesehen habe, was ich den Leuten dann so einreden muss, habe ich mir auch gedacht, ah Jungs, aber haut ab ein. Pass mal auf, Soul, jetzt mal ohne Scheiß. Also Chicago hat mich jetzt gerade auf eine geile Idee gebracht. Wenn wir insgesamt 200 Subs erreichen, dann machst du einen Fans-Only-Account. Only-Fans-Account. Only-Fans-Account. Only-Fans-Account, ja. Digga, das ist kein Problem. Da halte ich mein behauptes Recht, das ist eigentlich nicht. Und da sehe ich mich. Oh mein Gott, Alter. Wenn wir heute Glück haben, hätte ich ein bisschen das Bein, sondern dann kann man die Ausschritte auch noch sehen. Die ist übrigens genauso behauptet. Nein. Das ist so ein dummer Huhezone, Alter, ohne Scheiß. Aber der Typ ist einfach phänomenal, Leute. Das müsst ihr einfach zugeben. Das müsst ihr einfach zugeben. Der Typ ist einfach eine Legende, eine Lebende. Jetzt schon. Ohne Scheiß. So, jetzt mal. Ohne Scheiß, Alter. Ich hoffe, du kriegst keine Kinder, Alter. Weil die sind echt am Arsch. Das hoffe ich auch. Ja, bitte. Ich hatte übrigens fast schon eins gehabt. Oh Gott. Ach du Scheiße. Okay. Unlucky, Bruder, glaube ich. Oder ich. Ja, Digga. Ne, das Ding ist gewesen so. Also, sie ist nicht abgetrieben, hätte ich's gemacht. Ach du Scheiße. Also doch so entspannt, ja? Ja, ja. Wozu gibt's noch raussteigen Kleiderhaken? Wow. Lol. Du musst immer eine Sache bedenken, ne? Wer meine Kondome anschließt, muss mir die Konsequenzen nehmen. Was? Ja, gut. Hahaha. Sie war übrigens 14, nicht 16. Oh, nice. Nice. Sie wollte ein Kind. Das ist übrigens einer von den Gründen, warum ich immer zum Psychologen musste. Weil, naja, sie hätte ich auch fast umgebracht. Ach du Scheiße. Ich war sympathischer hier. Ohne Scheiße. Also der Stream, der wird ja richtig kinderfreundlich gerade. Ja. Ich glaube, ich muss doch als Tag kinderfreundlich reinnehmen. Ja, als Tag. Ja, natürlich. Da sehe ich uns drin. Oh Junge. Ja, ich glaube auch. Ja, auf jeden Fall auf YouTube dann, Mensch. Ja. Wenn ihr's einmal nur hochladet, so. Du, mir ist das scheißegal, Alter. Ich cut das nachher einfach in halbes Stunde Stückchen und lad das hoch. Das ist mir völlig egal. Weißt du, Lazy, weißt du das Ding ist so? Ja. Ähm, wenn du aus der Bühne hochlittst, ne? Da musst du's so schneiden. Immer sobald ich anfange zu reden, musst du traurige Musik im Hintergrund spielen. Nein, weil das ist nur laut so so violino. Das ist sehr violino. Und dann, wenn ich darüber rede, dass ich irgendwie jemanden umbringen wollte oder so, dann muss Death Metal kommen. So wenn ich wieder irgendwie einen Ausraster schiene oder so. So, Lazy, wenn wir uns kinderfreundlich bleiben, sobald er anfängt irgendwas zu sagen, was gegen die Richtlinie verstößt, könnt einfach die Violinmusik so laut werden, damit man ihn nicht mehr hört. Ja, dann musst du einfach die Violin übersteuern, Mann. Wenn du noch 50 Dezibel, dann ist Party. Oh, also plus 50. So, okay, das geht hier. Alles klar. Okay, damit deine Videos schön enden. Ja, wisst ihr, Jungs, das Ding ist, mein Name hat angefangen scheiße zu werden, als ich geboren wurde. Ach ja, das ist normal. Ich glaube, das kennen wir alle. Ja, ich denke auch. Es fing alles an mit meiner Geburt. Danach ging es eigentlich auch nur noch bergab. Bin übrigens als Baby runtergefallen. Soll ich jetzt die Set-Violini rausholen? Dann brauche ich mir nachher das Cutten. Kann ich mir das Cutten aufbauen? Das ging mal im Plan. Wir können jetzt ja auch so einen 3-Stunden-Podcast machen. Das ist mir egal. Ja, nee. Ich kann hier meine ganze Lebensgeschichte aufdichten. Das ist kein Problem. Ich möchte einfach gerade nur... Alter, ich baue gerade den Erdblock ab, lass mich hochkommen. Ich baue den wieder hin und fall wieder rein ins Loch, Alter. Alter, der schlichter Blitzer einfach so die Scheiße. Piss dich. Ich merke schon, ich bin schon wieder zu lange hier, Alter. Ja, nein, alles gut. Lazy wird schon wieder geistig spielen. Da dachte ich mir, warte, das ist der ja immer. Same Soul. Death Metal, Pussy. Er braucht Black Metal. Alles klar. Safe. Hashtag Free Niko. Weißt du, das Ding ist Lazy. Eigentlich möchte ich nur eine gewisse Art von Musik dahinter haben. Ich möchte eigentlich nur Kuschelrock haben. Ach ja, natürlich. Das glaubt dir ja jetzt auch noch jeder von. Finde ich gut, finde ich gut. Ich weiß nicht, ich war auch so ein Mensch. Weißt du, weißt du, ich hab früher, als ich ein kleiner Junge war, so, keine Ahnung, sechs, zehn Jahre, hab ich auch Sachen wie Wings Club und sowas geguckt, Alter. Also ich war damals schon der männlichsten Herr nach dem Schulhof. Ja gut, aber dass es dich dann so psychisch umdreht, das ist mir schon klar. Finde ich gut, finde ich gut. Ja, verstehe ich. Wie kann man den Wings Club gucken? Was ist denn das für eine Scheiße? Alter, ich kann hier wieder keine Dinger anbauen. Hey, wollt ihr mich alle verarscht gerade, Alter? Nein, Schikaken, da muss ich sagen, es ist mir beides nicht passiert so. Denn richtig, es war umgedreht. Nee, Spaß. Nee, war's nicht. Sorry, keine Sorge. Bitte kein Falsch. Wir danken hier. Hoppe, hoppe. Reine gemacht. Alter, Schikaken ist aber auch ein bisschen perverser, Alter. Sei ehrlich. Ach, Quatsch. Ja, weißt du, Schikaken hatte so die Möglichkeit, uns so richtig geisteskranken zu reden. Und was macht der richtig? Der kommt jetzt sowas, Alter. Also wäre da jetzt nicht Mod bei dir im Chattime, würde ich dem erstmal einen Timeout geben. Zu wenigstens für zwei Sekunden. Aha. Weil eine Sekunde zu wenig ist. Ja, genau. Aber drei wären zu viel. Ah. Guck, bitte. Ha, das ist Schikaken ohne Scheiß, Mann. Ja, Dirty Ends, genau deswegen habe ich es geschaut, weil es meistens nach guten Serien kam. Was? Danach habe ich meistens, wie keine Ahnung, keine Lust mehr gehabt, die Fernbedienung zu suchen und dann habe ich einfach das geguckt. Ah, Sio, willst du ein Lorblatt haben aus irgendeinem Grund? Nein. Okay. Rein mit Hass. Er braucht keinen Lorblatt, ich glaube, Anivius ist am häufigsten spawnde Pokémon, das existiert. Anivius? Ich habe noch nicht einen gesehen. Ja, Sio, du bist einfach scheiße. Danke. Gut. Ja, er ist Realist. Hauptberufend Realist. Ja, Schikaken ist Realist, das merke ich schon. Digga, Schikaken, ich habe dir übrigens vor ein paar Wochen so ein paar Aufträge gegeben, so, Daisy und ich wollten eigentlich ein Pokémon-Projekt machen, wenn der aus dem Urlaub da ist. Den Rahmen dafür habe ich bis heute nicht bekommen. Ja, ey, ja. Ja.